Hi, hier ist euer Mr. Selector zum nächsten Pack-Opening. Heute mit zwei Co-Moderatoren. Einmal mit dem Ro, hi Ro. Hallo. Ja und einmal mit dem Abonnenten, wie ich es versprochen habe, mit dem Jakob. Hallo. Ah Jakob. Du weißt ja auch, wenn wir was Geiles sehen, hast du Vorrecht darauf zu spielen, ja? Ja. Ja cool, wollen wir anfangen? Gerne. Gerne, machen wir mal. Abfahrt Jungs. Ich hoffe ja heute mal auf dem Ajudas Inform Team, ist ja relativ scheiße. Ja. Wer quizzt und dann misst. Rät er alles? No. Mist. Oh Nicker, bist du in der Wohnung? Ja. Jakob, hast du schon mal ein neues Team oder sowas? Was du spezielles brauchst? Nein, im Moment nicht. Im Moment ja nicht. Das ist doch alles Mist hier. Ja, vielleicht die Bundesliga. Das ist nicht rum oder so, wäre halt mal nice. Ja. Ich glaube ja, das war eben einmal etwas ausziehen. Ich glaube ja, das war einmal etwas ausziehen, ne? Ich glaube ja, das war eben einmal etwas ausziehen, ne? Ich glaube ja, das war echt lange heute wieder. Nichts. Guck mal alles. Kauf mir alles. Ja, das, 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 äh, Team der Woche sieht ja mal scheiße aus, oder? Keine Ahnung, ich hab's noch nicht gesehen. Jakob, du? Ich glaub, der einzig wirklich gute war so ein Italiener vorne drin, oder? War Cassano oder so, oder? Ja, auch nichts. Weiter geht's. Jakob, und wem haben wir damals gespielt? Ich glaub, Tevez. Tevez? Ja. Hast du den beiden oder verkauft? Ähm, hab ich erst ein bisschen behalten, aber jetzt hab ich den verkauft und hab mir Aguero geholt. Okay, der ist ganz gut, oder? Ja. Ja. TFS. Komm Leute, mach was anständiges hier. Bah! Der war eigentlich immer ganz geil. Oh, den braucht keiner, was? Ja, ne. Ich guck mal ab. Ich brauche ein Highlight. Ja, ihr seht's ja. Nichts. Jakob, zeigst du immer noch aktiv? Ultimate Team oder? Ja, teilweise jetzt auf Karriere. Ich hab mal angefangen. Ja. Ich kann ja... Ich krieg ja kein Spiel mehr zustande, weil ich treffe nur noch auf Cheater. Ey, gleich wieder 50.000 weg und nichts dabei. Komm. Sanchez. Der ist gut. Das könnte... Soja, 4-12-12. Ich pack ihn erstmal weg, Jakob. Ja. Tauschstapel. Ich weiß gar nicht, was der noch wert ist. Ey, guck mal an der Platz. 3.000 oder 4.000. Ja. Na ja. Na ja. Na ja. Habt ihr ne lange Verzögerung drinne? Ja. Glaub nicht. Also... Du siehst immer gleich, oder? Ja. Okay. Du, Digga? Ja. Ja. Joa. Ja. Ja. Gott, ey. Das ist alles Bedroch, ja. 4.000 ist er noch wert 4.000, ja Das ist ja nicht viel eigentlich Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht Oh, Loris, alter 100.000 ist er wert, das weiß ich Na, das ist ja schon mal was Das wäre eigentlich eher noch zum Traden, oder? Ja Geil Loris, Loris, Loris Scheiße Ja, ja, und ich habe kein englisches Team mehr, scheiße Obwohl, ich habe ihn ja gehabt, der ist richtig geil eigentlich Ja, komm, so kann es weitergehen Arsene Wenger, ja, schön im Manager, aber sowas spielen wir nicht Aber es hat sich ja schon mal gelohnt Jakob, welche Saison Wissen bei der Karriere Ähm, Zweite jetzt Zweite Weil ich habe mal gelesen, es soll Da soll irgendwie ein Pack drin sein, dass der sich nach der ersten Saison, wenn er die zweite Saison lädt, immer aufhängt Bei mir ging alles ohne irgendwelche Fehler oder so Okay Okay Puddlestown, ey, das braucht man nicht Moris, Loris, Loris Hast du eigentlich noch ein englisches Team, Jakob? Ja, also den könnte ich da einbauen. Starke, Dicker, hier kommt Bayern vor. Du warst ja schon neuer. Dicker. Sag mal, kann man eigentlich noch das Team des Jahres ziehen oder war das nur eine Woche? Das kann man jetzt nicht mehr ziehen, glaube ich. Eigentlich ne. Ah, jetzt wird drauf. Können wir sicher noch einmal haben, ja. Ja, genau das. Und da. Gibt es hier was Schönes? Nein, überhaupt nicht. Leute. Alter, gucken sie gespannt. Ja, 100.000 sind schon weg, Mensch. Und ein großes Highlight war bisher dabei. Okay. Oh. 1, 2, 3. Oh. Welcher Satz? Heute ja richtig gesprächig. Adam. Modifikation. Acht. Tauschstapel. Da kommt mal das gleich weg. Wer ist denn jetzt eigentlich bei dir im Tor? Im englischen Team? Ähm, gerade Joe Hart. Joe Hart. War es eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Ja. Tiffert. Schön. Ja, Kepinu. Komplett auf Bundesliga umgestellt. Kein englisches Team mehr. Ach, nichts. Das hier gar nichts. Besser als sonst. Ja, stimmt. Die letzten zwei, drei Pack Openings waren ja Mist. Cool. Ich ziehe hier ein Silber Pack. Äh, ein Gold Pack und zwei. Das ist seltener. Silberner. Ich glaube, die sind nichts wert. Kommt Jungs. Äh, noch ein Highlight jetzt. Das wär geil. Zum Sonntag. Das wär echt. Das Köln-Wappen. Hochschnell geht das hier halt weg. Weg die Köln. Die sind immer ein bisschen nach. Naja, scheiß drauf. Weg. Knapp 150.000 durch, ey. Ich glaub, der Torjüter ist auch nichts wert. Nö. Ihr seht's ja aber. Ja. Was ist denn hier heute? Der Sonntag mit den Torjütern. Kommt. Messi, Alter. Komm jetzt hier. Aber du hast ja gesagt, du willst ja Lorissan, dann würde ich Messi nehmen. Puh. Aber ich glaube, das Glück werden wir nie haben. Ja. Carlos, Eduardo und... Ja, komm. Dann brauchen wir auch nicht spielen. Kommt. 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 Klopfen. Kommt. 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 Mill мной. Kommt. 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 Jakob, dann danke ich dir. Ja, danke. Ich danke Florian. Jo. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.